Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow, get on my way, please, I'm trying to get paid. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Rami Pollack, komme aus der Schweiz. Ich habe hier Zirconia machen lassen, zwei Implantate machen lassen in der IDH-Klinik in Antalya. Ich hatte immer eine gewisse Skepsis, was das angeht. Ich hatte aber Leute, die hier waren, die sehr zufrieden waren. Dann dachte ich, okay, ich gehe mal und lasse mich mal beraten. Also ich muss sagen, schon die Beratung war sehr, sehr gut, bis sie einen aufnehmen, bis sie es erklären. Und dann dachte ich, okay, ich mache mal einen Termin, fliege hier hin und versuche das Ganze mal. Jetzt morgen reise ich wieder ab. Die Leute waren sehr, sehr nett, super. Ich habe innerhalb vier Tagen mein fast ganzes Gebiss geändert. Also ich konnte auch gar nicht mehr lachen. Ich musste immer am Boden schauen oder den Mund zulassen beim Lachen, weil ich mich schon geschämt habe dafür. Aber jetzt kann ich sagen, ich bin sowas von zufrieden und kann das sowas von empfehlen. Jedem, der sowas machen will, würde ich die IDH-Klinik sehr empfehlen. Ich bin sowas von zufrieden und kann das sowas machen. Ich bin sowas bet nied, mit Wolfgang. Ich bin sowas von demav restraint war. Je ostrich, was ich sagen darf, wenn ich meinen meets Jubiläu erheb. Ich bin sowas imstanding. Ich bin sowas. Nicht sowas. Ich bin sowas. Vielen Dank.